Verschwörungstheorien Schönen guten Tag, ich bin der MAS Ich bin 24 Jahre jung und an für sich immer relaxed Ich bin ein cooler Typ, schöne Augen, nettes Wächeln Und hab mir dann irgendwann mal beigebracht, richtig zu sprechen Ich bin 1,86 klein, ca. 70 Kilo, leicht zu säubern, kaum benutzt in Stubenrein Ich baue gern Beats und kicke Raps für die Freaks und die Heads Für die Streets und die Mechs, für die Dogs und die Cats Ach, sogar für die MX, Spaß am Rand Ich meine, ich bin da jetzt auch nicht so bekannt, dass man sagen könnte Hey, der Typ, der rappt mit Stars, doch trotzdem ist halt gerade eben ein Album am Start Und hat es alles selbst gebastelt, rumgeschnippelt, arrangiert Meine Beats, meine Raps, ein Meisterwerk ist produziert Und ihr konsumiert, sobald ihr dieses Intro hört Absorbiert, zockt, auffiltert wirklich alle Words Hörtet bis zum Autoverse, ich denk mal, dann ist klar Diese Platte heißt nicht ohne Grund Verschwörungstheoretiker Ich meine, der Stuff hier ist verdreht, das ist klar Doch im Gegensatz zu anderen hab ich echt ein straightes Thema, ey Ich löse mich von der Masse, hebe mich klar vom Standard ab Recherchier, observier, schlafe tags, gebe nachts Dabei verbreit ich Harmonie und Energie durch Melodien Und hoff, danach bei jedem Track hier könnt ihr Scheiße nachvollziehen Doch ob so ist das, weiß ich nicht und werdet's wohl nie erfahren Denn der Großteil aller Menschen sagt zu allen, ja und ahm Darum seh ich meinen Samen und steuern wenig wie Substanz Und die Moral von der Geschichte, ich raub euch allen den Verstand M.A.S. M.A.S. Betas Illusion, Theoretica Musik M.A.S. M.A.S. Theoretica Musik M.A.S. 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 Untertitelung des ZDF, 2020